Ja, willkommen zurück bei P1 TV. Wir sind bei GRID 2 im Multiplayer in der Online-Playlist im Let's Play to Get Her Nummer 3. Und hier ist der Start und vor mir hier rechts ist der Headbanger, der heute bei mir ist. Hallo Headbanger, hallo Klaus aus Österreich. Hey, 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 hey. Was geht? Back in black? Ja, du bist ja ein kleiner Schluchtdiener, ein Schluchten-Shhh, wie man so schön sagt bei uns. Ja, aber man hört's nicht. Ja, man hört's nicht. Das ist das Erstaunliche. Man glaubt das gar nicht, wenn man's nicht wüsste. Ja, hier geht's schon heiß her in Yas Marina mit der Gruppe 3 und der Headbanger hat sich schon Position 2 gekrallt. Vor mir sind die Nissans schon wieder am... Oha. Nichts Position 2. Gibt mir noch 10 Sekunden. Ja, ja, ja. Position 1. Aber wir haben ja auch leicht Vorteil durch unsere Kette, Hems wieder hier. Oh, Platz machen. Ja, und für meinen Let's Play Channel, die Leute, die den Swati noch nicht kennen, P1 Gaming TV, ich werd's unten verlinken. Ganz nette Burschen. Achso, ja. Und immer am Auto fahren. Kann ich ja gleich dazu sagen, wenn ihr das Ganze sehen wollt aus der Third-Person-Ansicht, weil der gute Headbanger, der Klaus, der spielt nämlich aus der Third-Person, ich spiel ja aus der Motorhaube, dann könnt ihr ja auch bei ihm natürlich das Video gucken, wenn's denn dann schon online ist. Ich bin bestimmt schneller. So. Ja, und vor allem, wenn ihr es auch gesehen wollt, äh, sehen wollt, wie das aussieht, wenn man gewinnt, ja, könnt ihr ja gucken. Uh, ich wurde gerade heftigst gerammt. Hab mich gerade einfach rausgeschoben, die Dreckschau. So, jetzt gibt's nur noch uns beide. Ja, aber ich war ohne Aus... äh, nee, Auspuff ist noch dran. Ja, ja, die Kurve ist tricky da vorne, scheiße. Boah, weiß ich mir nicht, wie ich die fahren soll, ey, wo ich bremsen muss. Oh, shit, 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 shit. So wird das nix mehr, der Aufholjagd. Boah, aber erstmal wieder reinkommen, ey, der Ketterhammer auch, der, obwohl er ja wie so ein Brett auf der Straße liegt, wie so ein Zug, ne? Ist trotzdem immer so, beim ersten Mal fahren musst du dich erstmal ne Runde eingewöhnen. Ja, aber du fährst mit dem Ding wie auf Schien. Ja. Also, das ist definitiv in dem Spiel meine Lieblingskarre. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe auch viele dann immer mit dem BRC Mono manchmal auch fahren oder mit dem hier Ariel Atom. Der scheint auch relativ beliebt zu sein, was das angeht. Ja, Ariel. Nur sauber, sondern rein. Ja. Ariel, aktiviert Abwehrkräfte. Ach nee, das war noch was anderes, glaube ich. Ah, ich komme nicht wirklich ran. Ich sehe dich hier vorne. Ariel, aktiviert Auspuffgase. Ja. Ah, dein Ketterhemd kommt immer näher. Ich hab dich gleich, mein Freund. Na ja, warte mal. Scheiße, scheiße, scheiße. Du musst nicht abkürzen. Dann ist das Rennen gelaufen. Ja, Spati, willst du irgendwas zu einer Renngeschichte sagen? Wie oft schlägst du mich und so? Was für eine Geschichte? So unsere Renngeschichte hier in Grit. Ach so, ja. Ja, wir haben sozusagen den Weg nach Level 30 fast durchgängig zusammen bestritten, kann man fast sagen. Also, wir wissen ganz genau, wie der andere fährt. Ich weiß auch, dass der Headbanger ein bisschen schneller ist. Ich gebe es ja zu. Ja, vielleicht kannst du nochmal was zu deinem... Ja, man muss auch sagen, die Vorlieben sind anders. Also, du fährst ja hauptsächlich zum Beispiel in der Gruppe 1 Golf. Ich fahre BMW, du sagst, der Schleudert zu viel, ich sag, der Golfschleudert zu wenig. Aber ich glaube, beim Ketterheim sind wir uns einig, ne? Oh ja. Ja. Nee, du kannst noch was zu deiner technischen Ausstattung sagen. Du bist ja auch mit Lenkrad unterwegs, ne? Ich glaube, G25? E25. Genau, aus der Heckansicht, ja. Ich hab's öfter schon mal gesagt in meinen Videos, ey, ich kann Heckansicht und Lenkrad geht bei mir. Das sind so zwei Sachen, die gehen nicht zusammen. Ja, bei mir läuft's. Ey, irgendwie hab ich jetzt Schiss, ja? Ich komm mal. Wenn ich so auf die Uhrzeit guck, wenn ich so in den Rückansicht guck. Wir haben noch eine Minute 30 und ich eile mit Riesenschritten. Oh, da hat er sich gerade ein bisschen... Oh, wo ist die Kurve? Oh, jetzt hör ich auch kurz. Ich hab zu viel auf dein Auto geachtet und bin zu weit rausgekommen. Oh, scheiße, ey, jetzt... Ja, 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 ja. Achtung, du hast eine Kurve, Achtung, pass auf. Oh, Mann, ey. Ja, das ist natürlich fies. So, links und rechts und rechts. Und ich guck nach hinten, weißt du? Ich aber auch, ey. Ah, jetzt hab ich wieder... Eine Minute. Aber eigentlich müsstest du ja jetzt Abtrieb haben wie Sau, ne? Oder kein Abtrieb, weil dein Heckflügel ist ja weg. Ja, wie gesagt, ich finde das Spiel mehr Arcade-lastig als sonst was. Ja. Aber trotzdem, also weil viele sagen, ja, das ist ja jetzt nicht hier Simulation und bla. Und man muss eins sagen, in dem Spiel ist man beim Durchdriften der Kurven schneller als beim richtig Ambremsen und rausbeschleunigen. Was aber? Oh, nein! Oh, nein! Ja, was war das jetzt? Ja, ich bin ja nicht reingeworrscht. Was war jetzt los? Ich bin nicht reingefahren. Ich musste zurücksetzen, weil ich einfach nicht reingefahren bin. Ich hätte vielleicht auch ohne zurücksetzen die Führung übernehmen können. Schade. Aber noch haben wir ja 20 Sekunden, ne? Ja. Ja, und was er da sagen wollte... Guck mal, wie schön die Zuschauer da auf den Rängen und so. Oh, echt? Oh. Ich guck mal, da oben ist meine Tante. Zieh, 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 zieh. Alter, das wird der Mega-Showdown jetzt gleich. Nein, nein, du hast mir aufgeregt. Hab ich gar nicht. Ich hab mich schön reingebremst. Guck mal, wie das läuft. Ja, scheiße. Ja, zum Glück war das Fahrradfilch. Ja, erzähl weiter. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte, weil viele sagen, ja, hier muss man nicht einbremsen und rausbeschleunigen so richtig und bla. Ja, aber man muss halt durch die Kurve perfekt durchdriften und das hat, finde ich, seine eigene Schwierigkeit. Also, wenn man das, sag ich mal, nicht so drauf hat, musst du hier auch nicht weiter. Es ist halt nicht eine realistische Schwierigkeit, sondern eher akademäßig, aber ich finde, da tut sich nicht viel Unterschied. Da tut sich nicht viel Unterschied, finde ich auch. Und ich muss sagen, das ist für mich eine willkommene Abwechslung, weil ich verbringe so viel Zeit mit R-Faktor 2, mit R-Faktor und so weiter. Und dann hast du mal hier wieder ein paar schnelle, kurze, knackige Rennen, so Stadtkurse und sowas, mag ich eigentlich ganz gerne. Und auch, dass das Fahrverhalten eben ein ganz anderes ist. Und trotzdem macht es... Ja, außerdem muss man ja auch dazu sagen, was richtig interessant ist, ist ja eigentlich, das Spiel hat eine ziemlich geile Grafik, bringt eine richtig gute Atmosphäre. Aber wenn man dann doch näher ranzoomt, zum Beispiel beim Start, wenn man die rücklicht, da sieht, sieht man halt, dass das alles nicht hochauflösend ist. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es so einwandfrei auf den Rechnern läuft. Ja. Wo es eigentlich eine geile Grafik und Atmosphäre bringt. Das denke ich auch, ja. Oh Mann, ey, was war das jetzt für ein Rennen? Ich habe gar nicht aufgepasst. Drift, Klasse 2. Drift, Drift. Oh Mann, was nehme ich denn da? Ich überlege jetzt gerade, ob ich meinen Subaru nehme oder ob ich mit dem Nismo driften werde. Mustang Boss bin ich auch noch nie gefahren. Hast du den auch? Den habe ich gar nicht. Aber ich glaube, ich werde einfach mal auf Altbewährte setzen, hier den Nismo. Die Rückkehr des Nismo. Ja, wir hatten da immer so einen kleinen Gag am Laufen. Gerade bei den Tosch- und Duellrennen, da sind dann meistens der Headbanger und ich gegeneinander gefahren, weil wir eben die höchsten Level hatten. Und naja, wie ich es das Schicksal so wollte, kam ich mit meinem Nissan nicht so richtig hinterher, hinter seinen BMW. Und er hat mich dann meistens abgezogen. Und dann habe ich immer gesagt, beim nächsten Duellren, jetzt kommt die Rückkehr des Nismo. Und das hat dann sogar neulich geklappt. Ja, aber die Rückkehr hat lange auf sich warten lassen. Ja, aber mal sehen, was jetzt beim Drift so abgeht. Ich glaube, Drift haben wir hier noch gar nicht gezeigt. Auf jeden Fall starten wir alle jetzt versetzt, wie man das so ein bisschen von der Rallye kennt. Und ich habe schon eine Cockpit-Kamera-Mod übrigens. Ja, aber ich weiß nicht, die Mods, die ich in YouTube gesehen habe, die sahen ja alle bescheiden aus. Das Problem ist eben, dass die Cockpits halt total schlecht modelliert sind. Also die sind wirklich sehr sporadisch, sehr spartanisch. Ja, wie gesagt, nix hochauflösend, ne? Genau. Und ja, die meisten Cockpit-Mods beschränken sich dann darauf, eben diese unscharfe Sicht zu zeigen. Dass man eben das Cockpit-Gefühl einfach hat, dass man aus dem Fenster gucken kann. Aber was bei der Mod noch ganz cool ist, die ich habe, dass du eben noch eine Dachkamera dabei hast. Also vom Dach des Autos sozusagen. Finde ich auch ganz nett. Mit der GoPro gefilmt oder was? Genau, die GoPro ist hier direkt aufs Dach montiert. Ja, hier nochmal der Nizza. Ich sage dir gleich eins. Ich fahre jetzt nicht vom Start sofort los, ja? Ne, das kenne ich schon. Das mache ich wahrscheinlich auch nicht. Oder, ja, eigentlich, ich habe ja dann genug Zeit. Ich werde dann gleich losfahren. Ja, park mal dein Auto. So, die erste Kurve schon. Ich ziehe mal ein bisschen die Handbremse. Versuche hier, ah ne, da war ich ein bisschen zu wenig in der Lenkbewegung. Aber da vorne ist der nächste Pylon. Also ich habe schon 50.000 in der ersten Kurve. Okay, ich habe auf jeden Fall auch ein paar Punkte gesammelt. Oh, oh, das war nix. Okay, ja, zumindest versage ich nicht auf ganzer Linie. Also ich drifte zumindest mal schon. Aber das ist mir auch aufgefallen. Mit dem Lenkrad bist du dann im Driften doch ein bisschen im Nachteil, habe ich das Gefühl, gegenüber den Konsolenspielern. Okay, da hat zumindest mal ein paar Punkte abgesahnt. Controller-Spielern, wolltest du sagen. Ja, genau, die Gamepad-Spieler, die... Oh, was ist denn hier für eine Party? Oh, 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 oh. Das macht keinen Spaß hier. Nee, die drehen alle ein bisschen am Rad. Aber ich glaube, die Punkte werden nicht reichen für eine gute, nee. Aber mir vielleicht. Ja, 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 du hast gewonnen. Ja, ich habe es gemerkt, als ich mal im Multiplayer einen zweiten Account im Gamepad angefangen habe und dann auf einmal beim Driften auch meine 300.000 Punkte gemacht habe, ohne Probleme. Also man kann durch diese schnelle Reaktion mit dem Analog-Stick beim Gamepad kann man schneller reagieren und auch das Auto besser zum Driften bringen. Allerdings fehlt mit dem Gamepad dann doch die Präzision so ein bisschen, finde ich. In den normalen... Ja, vor allem, ich denke mal dann bei den T4-Racern, wo es richtig schnell geht, wo du sehr präzise eigentlich lenken musst teilweise, dass dir da einfach total krass die Präzision fehlt. Ja, genau, das ist es nämlich. Also das ist dir... Ich glaube, bei Gruppe 1 fällt es dir noch nicht so krass auf, aber bei T4 kann es schon sein. Ja, wobei ich gerade in Gruppe 4 fand jetzt mit dem Gamepad der McLaren, der ja doch recht hacklastig ist. Der fährt sich dann doch am besten, komischerweise. Also ich glaube, mit dem Gamepad hast du bei den Hack-Autos ein bisschen bessere Karten. Ja, das kann sein. So, komm, Alter. Jetzt wäre mal... Oh, Duell. Jawohl, D4. Oh, das gibt gleich böse Blechschäden. Ja, wir haben auf jeden Fall den dicken Pimmel im Spiel. Dicker Pimmel. Also einige Leute, ne? Haariger Klumpen, dicker Pimmel. Alter, was für Namen die Leute immer teilweise haben. Hallöchen, dicker Pimmel. Dicker Pimmel, haariger Klumpen, Mobs King. Ei, ei, ei. Haariger Klumpen finde ich auch gut. Ja, haariger Klumpen. So, was nimmst du, ah? Aber ich fand, der beste Name, den wir so hatten in den Spielen, ja, den Audi natürlich. Oh, ich auch. Das beste war so der Heidkinefeld, oder wie hieß er? Heidfeldkinen. Ne, warte mal. Heidfeldkinen. Heidfeldkinen, genau. Das war so geil. So eine Mischung aus Heidkinen und Heidfeld. Das sind echte Highlights, die man da so erlebt. Na, da merkst du schon, da konntest du dich nicht entscheiden. Ja, ja, ja. Wäre so, wie wenn ich mich benennen würde, irgendwie so Ken Faust. Wie viele Podiumsplatzierungen hast du in den Playlist-Events? Hast du das gesehen gerade? Boah, keine Ahnung. Boah, keine Ahnung. Ich hab's jetzt nicht nachgeguckt. Wie lachst du? Ich glaube, ich hatte vorher mal gesehen, 180 oder so. 232. Siege hab ich 132. Also recht gute Rate eigentlich. Ja, die hast du auch noch errungen, wo du nicht gegen mich gefahren bist, ne? Ja, genau. Bei den Runden, wo ich dann alleine mal gefahren bin, da hab ich dann eben mir meine Siege geholt. Aber jetzt nimm mal den Mund nicht zu voll, denn wir stehen hier bei sich. Ja, R8 gegen R8, ne? Du mit dem Unigen. Vollgetuned gegen vollgetuned. Mit dem Unigen Audi. Ah, back in black, baby. Und los geht's. Durchdrehende Räder so ein bisschen. Ja, mal gucken. Wo geht denn die erste Kurve hin? Ach. Hey, warum ist dann wieder schneller? Ja, wahrscheinlich ist meine besser getuned. Oh, da kommt er schon mit dem Heck. So. Da komm, jetzt lass mir ein bisschen Vorsprung, dass er nicht anfängt zu heulen. Okay, da vorne wird's richtig haarig. Der vorne tut aus meiner. Nee, 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 kann ja gar nicht. Oh, hier ist es richtig haarig. Oh, 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 oh. Ja, ja, genau, genau die Stelle. Ah, nee, da muss ich zurück setzen. Ja, ja, ja. Ah, beim Audi, die Stelle ist so fies, ne, weil's da so eng zumacht. ja vor allem mit t4 ach du kacke so jetzt hast du glaube ich das rennen durch den rauch nichts gesehen ich habe es gemacht das wusste ich schon am start nach scheiß berg warum haben die araber kapot weil es kamel haben war mit dem audi er das richtig schön zum driften fährt sich wieder wieder m1 oder m3 ja ich wollte sagen du bist schon durch diese driftschule gegangen mit deinen bmws und ich mit dem audi alter falter ja ganz gut also da muss ich sagen wenn du als r-faktor einsteiger anfängst drehst du dich weniger als mit diesem audi er vor allem weil es halt auch immer so schnell ist und dann so schnell darauf folgende kurven sind es immer ganz übel mein problem ist gerade dass ich hier bei mir ein bisschen licht angemacht habe hier wegen lenkradcam und so weiter und hier in diesem nachtränder sehe ich fast gar nichts auf dem bildschirm oh ja das licht war das genau ja ja das ist ein bisschen suboptimal um mal eine ausrede zu suchen oh gott das ist ja die blamage hier okay dann müssen wir jetzt gleich noch zwei drei rennen fahren wo ich besser aussehe weil sonst kannst du das ja nicht der öffentlichkeit präsentieren da kommen das erste rennen hast du eh gewonnen ja ja aber der vollmond scheint sehr schön um als von meinen fahrerischen nicht können abzulenken an alle das let's play wird aufgenommen an fünf verschiedenen tagen je nach seiner tagesform da kommt er wieder ja man sieht schon das ist nicht so einfach also ganz schön lange strecke hier ja gerade mal bisher auch jetzt ist es auch wieder interessant leute wenn ihr mal gucken wollt also wenn ihr auf meinen kanal zuguckt so soll man es machen und wenn ihr auf seinem kanal zuguckt so soll man es halt nicht machen man kann sich das ja so übereinander oh gott man kann sich das ja ein bisschen übereinander legen oder so keine ahnung also ich war gerade richtig ohne alter jetzt habe ich bestimmt gleich verschrien war gerade richtig sauber ja ich glaube ich wollte ich sowieso nicht mal ich war so scheiße aber ist was bei der heck an sich kacke ist meiner kofferraum aufgeht der audi hat so ein dickel flügel da siehst du dann nichts mehr genau siehst du noch die 100 watt base machine erziel oh gott ich bin gucken wie viel vorsprung gegen gegner auf jeden fall sehr viel auch guckt man wir können ja auch zuschauen ja ja zuschauen geht ja immer zu oh gott ja so soll man es halt nicht machen oh man ey jetzt wird dann nervös guckt noch jemand zu oh gott jetzt guckt jemand zu ja du hast du spielst ja auch mit traktionskontrolle ja genau das war echt das war ich war jetzt ein bisschen besser noch als der mobs ging immerhin ja meine zeit zwar guck alter ich war so schnell im ziel 1 2 3 4 5 leute hatten dnf ja du warst da echt durchgepast wie so ein verrückter eben